so hallo ihr leute da draußen ich bin adonis ihr kennt mit die meisten von euch kennen mich ja schon nicht hier so ihr mich komm christoph lecker so und zwar ich wohne hier und zwar also da vorne das kann man mal zeigen zusammen mit dem magister von winterfeld den kennt vielleicht mehr von euch das ist ganz gut wenn wir beide jetzt schizophren wären nicht dann wären wir schon zu fötter drin da wird es ein bisschen eng werden aber ich wollte nur sagen mir geht es gut ich freue mich natürlich also gerade wenn die schönen frauen wenn ich euch wieder sehen kann ich habe sogar ein gedicht für euch geschrieben das gibt es jetzt aber nicht hier sondern später beim tamtam dem größten tavernenspiel der welt auf youtube der michel der ein oder andere denkt jetzt komische sachen über uns aber weißt du bist ja bock naja also ihr lieben vogelfrei ich hoffe wir sehen uns bei also auch ihr menschen da draußen wir sehen uns bald wieder tschüss